Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Abo-Special. Ja, 100 Abos habe ich jetzt erreicht, worüber ich mich natürlich sehr freue. Und daher wollte ich euch auch ein schönes Abo-Special liefern, in dem ich ein paar Testaufnahmen zusammengesucht habe und euch jetzt präsentiere. Testaufnahmen gab es schon zu jedem Projekt, egal ob es jetzt zum Beispiel Banjo-Kazooie war. Oder The Simpsons' Hit'n'Run. Oder Paper Mario. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich Halle, das wäre nicht so schön. Oder Super Smash Bros. Brawl. Ach, jetzt geht's erst los. Oder ganz unabsichtlich wie bei Pukum Blau. Oder Banjo-Kazooie. Ja, oh, streckt die Testaufnahme noch länger. Mensch, Banjo, muss schon mit mir koperieren, damit wir das hier wirklich schnell über die Bühne kriegen. Oder Super Mario World. Yay. Hallo. Äh, wenn du bist im... Ja, okay. Wow. Oh, so gut war ich noch nie. Mehr Glück hat Verstand. Geil. Bei New Super Mario... Machst du mal Skin Jump? Weiß nicht, wie macht man... Ich drücke eigentlich alle Tasten gleichzeitig. Ja, mit Ruh, du... Mit B musst du springen. Und mit Grün, äh, rennst du. Ja, wenn ich Grün gedrückt halte und dann den A-Knopf drücke, damit ich springen kann, dann drücke ich gleichzeitig die anderen beiden Tasten auf. Warum? Ja, guck dir das doch mal an. Soll ich mir zwei Tasten springen? Ich mach das doch auch so. Muss man nicht Y die ganze Zeit gedrückt halten? Doch, ja. Oder Super Mario 64. Schinkenboot! Ha, sowas muss man auch unbedingt mal machen. So. Hi, Mario! Mario, aha! Hi, 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 hi! Hallo, Mario! Wow! Oh, ich hab deine Nase. Oh. Joa, Testaufnahme wie schon auch bei Simpsons. Was soll mein Mario serzieren? Wow! Geh nicht gleich ab, Mario. Die Welt ist jung, ja, der Welt sieht wie Sky. Deine Augen sehen ein bisschen komisch aus. Ja. Kann ich auch mal den Bater begreifen? Oder Augen? Das war nur Mütze. Nase! W-w-w- Ah, Schnurrbart. Ich wollte auch da, das Bärtchen. Wird hier schwindelig, wird hier schwindelig. Na gut. So, ja, ich war hier Super Mario Pro. Was denn auch sonst? Ich will zurück. Ja! Mano! Hilfe! Sogar von Terraria existieren Testaufnahmen. Doch die, die ich euch bis jetzt gezeigt habe, sind natürlich nicht die einzigen. Ist ja jetzt nur mal so ein Test für zwischendurch. Gut. So. Joa, Mensch, ne? Komm, komm, lass dich! Der Kuchen ist eine Lüse. Mario, hör gut, ich will gar ein Pokémon. Ist das nicht so kack? Was hat denn Pokémon Trainer eigentlich für einen Erzfeind? Gary Gut, hier, Gary Nee, gar nicht, war hier Fast besser als Gary Gary hatte nie ein Schwert Das stimmt doch so gar nicht Denkt der Schwert weg Gary hatte nie ein Cape Das stimmt doch so Als früher hat er auch nicht Why no So, jetzt haben wir es Jetzt muss ich sowieso erst noch mal dahin rennen Wo ich im letzten Part stehen geblieben bin Du musst auch viel reden Damit wir gucken können, ob man nicht in der Aufnahme hört Hä, was? Du musst auch viel reden, damit wir gucken können, ob man nicht in der Aufnahme hört Doch, du musst viel reden Gastkommentator Er schweigt die ganze Zeit Ich mach wie Dingens Wie Mr. Morgan Machen wir schon klar Machen wir schon klar Abonniert mich Das ist deinELL-Eintrag von Guy Du hast dir jetzt schon gemütet? Ja. MEIN! Luigi! Schrägsack! Wer freut sich noch? Ich? Luigi ist besser als du! Äh, auch als ich. Äh, aber doch nicht. Aua! JA! Suizid! Toll! Suizid for the win! Dann wollen wir mal wieder versuchen hier richtig zu sprechen. Und gucken wie sich das dann anhört. Nicht wahr? Ich glaube ich spreche ziemlich laut. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Wieso hilft er eigentlich mir hinterher? Pedo! Pedo! Oh, jetzt sind wir beide wurscht. Ha 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 ha! Was macht der denn? Ja, ich muss nochmal hingucken. Wart nochmal zurück in den Busch, ich wart nur nochmal zurück in den Busch. Ey, lass mal ne Knosp in Ruhe. Halt in Ruhe, meine kostbare Knosp an. Du, 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 du du du. Warte Warum kann ich die Uhr mal fangen? Das ist doch mal ok... Ich glaub, die brauch ich auch nicht. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich kann mir mal ein Yoshi-Farmen. Ja, Yoshi-Farmen. Dazu meine ich das erste Level. Dann los. Ja, ich lauf ja schon. Lauf schneller! Ich bezahle dich nicht, was draufsteht. Das war nicht das erste Level. Nein! Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Simpsons Hit & Run. Und wie angekündigt spielen wir mit Apu. Ja und ich bin auch heute nicht alleine in diesem Part, denn zu diesem Part habe ich mir auch einen Gastkommentator eingeladen. Nämlich den Arne. Hallo Arne! Hi, it's the Paperflasher. Ich bin, äh, zu meiner Person kurz. Ich bin leidenschaftlicher Simpsons-Gucker und freue mich heute mit zu kommentieren. Hallo! 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 Ja, guck mal, er nimmt auf. Guck mal da. Ist ganz laut. Ist im roten Bereich. Mal! Was war das? Arschloch! Arschloch! Deine Mutter. Deine Mutter ist ein Arschloch. Deine Mutter. Meine Mutter? Ja. Woher weißt du das? Ist so. Aha. Wer sagt das? Du. Warum? Weil du es bist. Wer sagt mir, dass ich nicht du bin? Deine Mutter. So, geht's jetzt? Ich sag's, was geht. Deine Mutter geht. Jetzt wird gebattelt bis zum Toten. Bis zum Toten? Hey, wer ist denn der dritte Spieler? Dritter Spieler, verbiss dich. Da hat sich einer reingeheckt. Dritter Spieler, hau ab! Wie, 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 wie Jabba. Was war das denn? Ich. Was war das? Ich. Warte, ich will, ich will, ich will. Was war das denn? So, ich muss erstmal wieder reinkommen in das Game. Ja, aber ich hab nen Handschuh. Als wär das Ding ein großes Handicap. Oh. 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 Shooter. Nein. Ey. Oh Mann. Okay, dann mach mal Stopp. Ich glaub, wir waren ein bisschen sehr laut. Sehr zu früh. Okay, dann hör mal von vorne. Das haben wir sowas aus. Leck mal rein. Wieso kommt das denn so schnell? Es war da! Es war da! Es war da! Es war da, verdammt! Das wär... Leck. Nein, auch nicht. Oh Mann! So was brauchen wir nicht. Fliegst du aus dem Bildschirm, verlierst du einen Versuch. Lass dich nicht abdrängen. Nein, Baum, so wie konntest du es nur? Bewege dich mit ein paar Joystick und Angriff. Angriff, Angriff, Angriff. Zeit für Herz plus Angriff. Oh! Plus Angriff. Und? Plus Angriff. Hat dein Gegner Schaden erlitten? Starter in Smash-Angriff. Je höher die Schadensatzeige ist, desto höher weiter fliegt dein Gegner. Setz den Smash-Angriff klug ein. Gib nicht auf, falls dein Gegner dich erwischt. Es gibt vier Spezial-Attacken. Oben. Plus Spezial, gleich vier. Attacken und Hunger. Ja, ja. Um dich zu schützen. Steht und um auszuweichen. Wo auszuweichen? Wo auszuweichen? Wo auszuweichen? Geek ist dir ein Smash-Ball zu zerschlagen. Du gehst mit dir auf einen Ultra-Smash. Überwältigend. So, damit wären wir bei Testaufnahme Nummer 3. Es gab nie eine zweite Testaufnahme. Bitte auf ein Wort. Ja, Madame. Meine Königin. Wurst. Toast. Toastbrotwurst. Wurst-Toastbrot. Wurst-Toastbrot. Wenn das Wurst ist, ist der Toastbrot, der Wurst mit Käse überdeckter Wurst gewurstet ist, weil das Wurst sind Toastbrot-Wurstig. Ah ja. So würde ich das auch sehen. WTF. Muss ich noch daran erinnern. Dieses verkackte Minispiel. Wer bin ich hier eigentlich? Das war so schlecht, ne? Ja, man soll es eigentlich schaffen. Irgendwas habe ich falsch gemacht, weil gerade wird das Bild irgendwie dunkler. Ich weiß nicht, wie es in Aufnahme ist, weil ich mich gerade auf den Fernseher konzentriere. Ja, es wird gerade ziemlich schlecht, das ist nicht gut. Ähm, also ne Aufnahme ist es noch normal, das ist jetzt irgendwie seltsam. Auf dem Fernseher ist gerade das Bild schlechter. Aber irgendwie bin ich letzter, das ist auch nicht so gut. Und irgendwie... Scheiß vierter Bär. Nein! Jetzt ist mein Auto kaputt, egal. Ich hab ein neues. Oh mein Auto ist gleich wieder kaputt. Okay, ich werde letzter. Ich schaffe es noch in der Zeit. Nein, schaffst du nicht. Moment, ich will jetzt noch schnell in der Revolve. Das kannst du doch nicht angehen hier. Bart hat sogar seinen Bartman-Anzug an. Ah! Ach, ich bin erster Bär. Scheiße! Ich dachte ich bin vierter. Du hast dich hier auch nicht wirklich besser angestellt. Ach, 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 ach. Wenn wir das gespielt haben, haben wir sowieso nur so rumgespackt. Jetzt war ich hier rückwärts. Oder auch nicht. Erik, das wird ekelhaft. Okay, ich hab's verlernt. Ich hatte mal irgendwann eine Taktik, wie man das hier gut machen kann. Aber irgendwie läuft das nicht so wie es sollte. Die überrunden mich gleich. Also Mario Kart Wii ist deutlich einfacher. Ja, das stimmt. Aber man soll eigentlich in die Perspektive wechseln können, die man halt auch bei Mario Kart hat. Aber ich weiß einfach nicht, wie das gehen soll. Weil dann wäre das hier eigentlich auch viel geiler. Da könnte man nicht mal die Karte richtig angucken. Okay, ich geh vor Gericht. Okay, ich denk mal das reicht erstmal für ne Testaufnahme. Hey! Lass mal in Helm in Ruhe. So sollen wir den Helm mal hier unterschneiden. Unterschneiden? Ich war gestern beim Friseur. Das sieht man nicht. Alter! Das war von hier auf hier! So, ich denk das reicht. Aber abgesehen von diesen Videos entstanden noch andere, wie zum Beispiel folgende von Luigi's Mansion und Minecraft. So. Okay. So? So. So. Komm. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020